Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Pokasynik, mein Name ist Jarek und in diesem heutigen Video gibt es kein Opening, nein, es gibt auch keine News-Folge oder Ankündigung, sondern es gibt ganz einfach was zu gewinnen und zwar was richtig cooles. Ich halte es mal in die Kamera, es ist eine Celebrations Top Trainer Box auf Deutsch, sealed, nicht repackt, nicht geöffnet oder sonstiges. Und dazu gibt es noch dieses voll magnetische Acryl Case, wo man quasi ja diese Box, ich sag mal, sicher aufbewahren kann. Und wie läuft das Ganze? Du musst eigentlich nur drei Dinge machen. Du musst erstens den Kanal abonnieren, das machst du ganz einfach, indem du hier das Mimikma Smash. Zweitens benutze den Hashtag 4500 in der Kommentarfunktion und schreibe uns etwas zum Thema Pokémon. Zum Beispiel, warum hast du angefangen oder wie findest du das Celebrations Set? Drittens, like das Video und empfehle es deinen Freunden weiter, denn warum 4500? Start als Hashtag, wir werden diese Box auslosen, sobald wir 4500 Abonnenten erreicht haben. Das sollte nicht mehr ganz so lange dauern, das heißt, in den nächsten paar Wochen wird diese Box hier verlost. Dazu wird es eine Live-Auslosung geben, das heißt ganz live, also nichts gefakt oder sonstiges. Und gleichzeitig werden wir aus diesem Live-Video oder aus dem Live-Schnitt ein Video machen, dass man sich das nochmal im Nachhinein angucken kann, damit man ja flexibel ist. Und wenn man gewonnen hat, dass man auch davon weiß. So, das ist noch nicht alles. Und zwar, die Box gibt es auf jeden Fall, also die Top-Trainer-Box. Wenn das Video 250 Likes erreicht, gibt es diese Acryl-Box dazu. Wenn das Video 500 Likes erreichen sollte, dann gibt es noch ein Give-Away. Das heißt, es gibt noch zusätzlich was zu gewinnen für eine andere Person. Das heißt, das hier gewinnt Person A und das hier Person B. Und das hier heißt nicht, dass ihr nur diese Karte kriegt, sondern ihr bekommt die VMAX Spezialkonnektion geschenkt. Und das machen wir alle 250 Likes. Bedeutet, bei 750 Likes gibt es das Ganze zweimal geschenkt und bei 1000 sogar dreimal. Aber dann machen wir Schluss, weil irgendwo muss natürlich auch ein Deckel sein, denn wir müssen ja auch irgendwie gucken, dass wir nicht übertreiben. Okay, das war es. Also zusammengefasst, Hashtag 4500 in die Kommentarzeile. Kanal abonnieren, Video liken und schon seid ihr dabei. Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Macht mit, sagt es gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.